Hallo zusammen und herzlich willkommen, Johannes Bärling hier. In der heutigen Ausgabe wollen wir ausführlich und vor allem marktübergreifend unterschiedliche Anlageklassen und das Zusammenspiel dieser einzelnen Anlageklassen untereinander detailliert analysieren. Was ist vom Herbst und speziell vom September zu erwarten? Wie sollte man sich investmenttechnisch jetzt positionieren? Diesen Fragen gehen wir in dem heutigen Video nach. Es lohnt sich von daher dran zu bleiben. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Investmentkonsultationen. Chancen entdecken, die der Markt bietet und so finanzielles Wachstum aktiv gestalten. Klingt so einfach, doch bedarf in erster Linie fundierter, seriöser Recherche, Auswertung und Interpretation vieler Faktoren, Indikatoren und Zahlen. Einige dieser Daten, die übrigens beim guten Researchen nicht kostenlos verfügbar sind, möchte ich mit euch in dieser Ausgabe teilen, richtig einordnen und die richtigen Schlüsse für Investmententscheidungen daraus ziehen. Fangen wir also an und zwar mit den weltweiten Makrodaten. Was sind überhaupt Makrodaten? Makrodaten beziehen sich auf umfangreiche statistische Informationen über die Gesamtwirtschaft eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region. Diese Daten gewähren Einblicke in die gesamte Wirtschaft und helfen Analysten, Investoren, Unternehmen und weiteren Akteuren, wirtschaftliche Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote, Inflationsrate, Leitzinsen, Verbrauchervertrauen und noch einiges mehr spielen hierbei wirklich eine große Rolle und dienen als Grundlage für Wirtschaftsanalysen und damit für Investmententscheidungen. Am Ende des Tages findet man all diese Informationen in Form von Geld zu oder Abflüssen an den Märkten wieder. Fangen wir also genau damit an und werfen einen Blick auf die aktuellen Makrodaten führender Wirtschaftsmächte. Aus diesen Daten können wir schließlich im weiteren Verlauf sehr wichtige Erkenntnisse für Anlageentscheidungen gewinnen. Hier die Inflationskurve der USA von Statista. Strenge Geldpolitik scheint zielführend zu sein. Die Inflationsrate lag im Juli bei 3,2%. Bemerkenswert, wenn man vor allem bedenkt, wo die Rate noch vor knapp einem Jahr gelegen ist. Die Eurozone hechelt in diesem Punkt definitiv hinterher. Zwar kühlte die Inflation von der Zweistelligkeit im Oktober letzten Jahres gutes Stück ab. Insgesamt ist die Rate jedoch deutlich höher als in der USA. Und auch hierzulande können die Verbraucher noch nicht wirklich aufatmen. Denn frische Daten diese Woche, die Inflationsrate lag zuletzt bei 6,1%, was nach wie vor deutlich über dem Ziel von 2% liegt. Während der Energiemarkt sich etwas entspannte, sorgen nach wie vor die hohen Lebensmittelpreise für enormen Inflationsdruck, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Doch so aberwitzig es im ersten Augenblick klingen mag, schlimmer als Inflation sind deflationäre Effekte, wie sie teilweise in der China derzeit zu beobachten sind. Die chinesische Wirtschaft ist in die Deflation gerutscht. Wie der Statistikamt in Peking zuletzt mitteilte, sanken Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3%. Grund dafür sind eine schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt. Einige Experten sind aus diesem Grundrecht besorgt. Die meisten Ökonomen halten eine lang anhaltende Deflation für gefährlicher, für die Entwicklung einer Volkswirtschaft als leicht steigende Preise. Denn beim deflationären Druck muss man die hergestellte Ware möglichst schnell und teilweise günstiger vertreiben, als die Produktion gekostet hat. Damit würde für jede Volkswirtschaft der Welt eine gefährliche, schrumpfende Wirtschaftsspirale entstehen. Zusammengefasst stellt man fest, dass der europäische Raum größtenteils schwächelt, Deutschland sich in einer technischen Rezession befindet, China mit marktübergreifenden Daten eher enttäuscht, zumindest bis jetzt und lediglich USA und die amerikanische Wirtschaft sich derzeit von der starken Seite präsentieren. Die Entschlossenheit bei der Inflationsbekämpfung und daraus resultierende restriktive Geldpolitik bringt die Inflation besser als sonst wo auf der Welt in Richtung anvisierter Zielmarke. Gleichzeitig bleibt aber der Arbeitsmarkt stabil und die Wirtschaft sehr stark. In der aktuellen Quartalsberichtssaison können 65% aller Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen, manche Unternehmen sogar recht deutlich. Ein Zeichen der Stärke. Doch Märkte kaufen und handeln oft nicht die Gegenwart und schon gar nicht die Vergangenheit, sondern konzentrieren sich vielmehr auf die Zukunft. In diesem Zusammenhang sollte man zwar selbstverständlich die aktuellen Daten auf dem Radar behalten, aber ebenfalls einen Blick in die Zukunft wagen. Und hierzu nutzen wir als Hilfestellung empirische Daten und weitere Faktoren, unter anderem die sogenannte Saisonalität. Doch was ist überhaupt Saisonalität? Im wirtschaftlichen Kontext bezieht sich Saisonalität auf regelmäßige Fluktuationen oder Abweichungen von bestimmten Daten im Laufe des Jahres. So gibt es aufgrund von saisonalen Schwankungen in der einen oder anderen Asset-Klasse wie Aktien, Edelmetalle, Immobilien eben stärkere oder schwächere Jahreszeiten. Und wer auf diesem Kanal schon länger dabei ist, der könnte es bereits richtig erahnt haben. Die Saisonalität ist bei den einzelnen Anlageklassen nicht deckungsgleich. Und so profitiert eine bestimmte Asset-Klasse oft genug von der Schwäche der anderen. Doch alles der Reihe nach fangen wir mit den Aktien an und sehen wir uns hier beispielhaft einige saisonale Muster an. Jahresanfangsrallye Viele Aktienmärkten zeigen eine positive Tendenz in den ersten Monaten des Jahres. Oft aufgrund von frischem Kapital, das zu Jahresbeginn investiert wird. Sell in May and go away Ein populäres Sprichwort, das darauf hinweist, dass die Aktienrenditen oft tendenziell in den Sommermonaten und Anfang Herbst schwächer ausfallen könnten. Unter anderem aufgrund von geringer Handelsaktivität. Jahres-Endrallye Gegen Ende des Jahres kann es dagegen oft zu Erholungen und steigenden Aktienkursen kommen, wenn die Investoren ihre Portfolios optimieren und unter anderem noch vor dem Jahreswechsel steuerliche Überlegungen anstellen. Doch was heißt es konkret für diese Jahreszeit und September? Hierzu sehen wir uns die Grafik von Sentiment Trader an. Die Saisonalität sehr repräsentativer US-Aktienindizes für den gesamten globalen Aktienmarkt, nämlich den technischen Nasdaq und aber vor allem den S&P 500. USA ist die stärkste Wirtschaft der Welt, damit oft ton- und stimmungsbestimmend für die ganzen globalen Aktienmärkte. Es lohnt sich daher einen Blick darauf zu werfen. Und hier können wir ganz klar erkennen, dass wir uns kalendermäßig gesehen wohl in der schwächsten Phase des Jahres befinden. In dieser Zeit, August, September, ist saisonale Vorsicht angesagt. Doch eines ist ebenfalls klar, nach einer Korrektur kommt oft genug entsprechend starke Jahres-Endrallye. Häufig ab Anfang Oktober behalten wir es also im Hinterkopf. Und sofern euch die Inhalte dieses Videos bis hierhin einen Mehrwert bieten, so freue ich mich dann natürlich über euren Like und vor allem das entsprechende Feedback hier in den Kommentaren. Es kann schon mal turbulent werden und damit zum Stichwort Volatilität. Es rüttelt zwar zuerst manchmal auch heftig, doch so oder so sind gesunde und völlig normale Korrekturen historisch gesehen starke Einstiegsmöglichkeiten, vor allem für langfristig ausgerichtete Anleger und Investoren. Das zeigt uns sehr eindrucksvoll folgende Grafik von Carson Investment Research. Und diese Grafik sollte bitte jeder richtig, wirklich richtig verstanden haben. Das muss bis ins Fleisch und Blut rein. Sehen wir uns das gemeinsam an. Wann spricht man von einem Dip und wann von einer Korrektur oder gar einem Crash? Und noch wichtiger, wie häufig kommen diese überhaupt vor? Das sehen wir uns am Beispiel vom weltweit akzeptierten für globale Aktienmärkte repräsentativen Aktienindex an, nämlich an dem vorhergesagten S&P 500. Grafik umfasst die Jahre zwischen 1950 und 2022, also sehr langfristig über 70 Jahre. Ein Dip von lediglich 3% nennt sich dann eben ein Dip. Kommt statistisch gesehen 7,3 Mal im Jahr vor, sprich nicht mal jeden Monat. Von milder Korrektur ist die Rede ab mindestens 5% Downside. Diese kommt dann 3,4 Mal im Jahr vor, also nicht mal jedes Quartal. An dieser Stelle könnte der eine oder andere clevere Anleger auf die Idee kommen, bei jedem Abverkauf von 3, 5 oder mehr Prozent automatisch, zum Beispiel in Form von Sparplan oder Zuzahlungen, langfristig und breit gestreut in den Aktienmarkt einzusteigen, zum Beispiel mit weltweiten ETFs. Langfristig gesehen wird alleine diese einfache Strategie sich mehrfach auszahlen. Doch zurück zur Grafik, denn es kommt noch besser. Von einer richtigen Korrektur ist die Rede, wenn Index 10% und mehr nachgibt. Derartige Abverkäufe kamen in den letzten 72 Jahren durchschnittlich nur ein einziges Mal im Jahr vor. Wer also das ganze Jahr auf der Jagd nach Schnäppchen ist und bei einer Korrektur von 10% oder gar mehr weiche Knie bekommt und nicht einsteigt, muss häufig im Nachhinein den massiv anziehenden Kursen hinterhersehen. Mindestens 15% Downside kommt nicht mal jedes Jahr vor. 0,7 lautet hier der Wert. Und last but not least, crashartige Abverkäufe oder beispielsweise länger andauernder Bärenmarkt mit Korrekturen von 20% und mehr kamen statistisch gesehen nur einmal in 2,7 Jahren vor. Derartiges Abschmieren haben wir beispielsweise letztes Jahr im Herbst gesehen, als S&P 500 in der Spitze im Bärenmarkt 20% verloren hat. Nun kann man anhand dieser Grafik wunderbar nachvollziehen, dass Herbst 2022 eigentlich die Kaufschanze schlecht hingewiesen ist. Wer diese Möglichkeit jedoch verpasst hat, sollte nicht traurig sein. Das gut ist, die Schanzen kommen immer wieder und mit entsprechender Disziplin. Das ist vorausgesetzt. Einem soliden Regelwerk, qualitativer Analyse und fundiertem Research klappt es dann auch mit richtig guten Einstiegen. An dieser Stelle ist einmal mehr die Investorenbriefdienstleistung zu empfehlen, denn dort bekommt wirklich jeder von euch professionell, seriös und ganz genau Informationen geliefert zu den Ein- und Ausstiegen und zwar auch Intraday. Den Link dazu findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. USA mit relativer Stärke als Wirtschaft, daher könnten vor allem einige amerikanische Aktien bis Ende des Jahres interessant sein. Doch machen wir es marktübergreifend an dieser Stelle. Wie wirken sich die oben genannten Faktoren auf das technische Chartbild beim S&P 500 aus? Das sehen wir uns jetzt im Big Picture im Wochenkerzenformat an, sprich im großen übergeordneten Bild. Jede Kerze entspricht zeitlich einer Woche. Wir sehen hier sehr langfristig grundsätzlich nach oben strebende Kurse mit zwischendurch vorhandenen Dellen, die nichts anderes sind als vorher genannte Dips, milde oder richtige Korrekturen und eben Crash-Abverkäufe bzw. Bärenmärkte. Wir haben seit dem Corona-Tief und im darauffolgenden Verlauf einen Trendkanal etabliert. Auf der oberen Seite begrenzt diesen Kanal derzeit das Allzeithoch bei ca. 4.800 Punkten. Seit dem Allzeithoch sind wir in eine Korrektur übergegangen bzw. war das nichts anderes als fallender sogenannte Bärenmarkt 2022. Anfang dieses Jahres sind wir dann aus diesem ausgebrochen, haben steigende Kurse gesehen und jetzt kommen wir aber in die schwache Saisonalität rein. Wie vorher erwähnt, korrigieren also, haben aber an der wichtigen 20-Wochen-Linie als gleitenden Durchschnitt den Halt dieser Korrektur gefunden. Hier liegt zugleich eine technische Unterstützung aus der Vergangenheit. Machen wir jetzt folgendes und messen wir den Abverkauf hier ab. Das war eine milde Korrektur von ca. 6% beim S&P 500 und jetzt erinnert euch an den Inhalt von vorher. Korrektur von 5% und mehr kam statistisch gesehen in den letzten 72 Jahren nur in Anführungsstrichen 3,4 Mal pro Jahr vor, also nicht mal jedes Quartal. Und damit ist es hier bereits durchaus kein uninteressanter Einstiegszeitpunkt gewesen. Man konnte hier gewisse Papiere in Form von Einzelaktien einsammeln, abfischen bzw. auch bei breit gestreuten ETFs nachkaufen. Unsere Kunden vom Investorenbrief wissen das. Nutzen Sie also gerne diese Gelegenheit, diese Dienstleistung. Sie bekommen wichtige Erkenntnisse, Einstiege und letztendlich Ergebnisse geliefert. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, ist das Abo flexibel und quartalsweise kündbar. Also wirklich völlige Transparenz. Überzeugen Sie sich selbst, wenn Sie mögen. Hier auf jeden Fall konnte man definitiv was machen und zumindest nachkaufen. Natürlich ist das richtige Geld- und Risikomanagement sehr, sehr wichtig. Nicht mit komplettem Kapital in die Märkte rein, sondern nur mit einer Tranche. Denn, und darüber sprechen wir jetzt, es stellt sich die Frage, ist das derzeit nur ein Rebound, das heißt zwischenzeitliche Gegenbewegung nach oben, bevor wir im saisonalschwachen September wieder massiv nach unten abverkauft werden. Zum Beispiel Richtung tiefer liegende Unterstützungen bis hin zu der unteren Trendkanalgrenze bei ca. 3950 bis glatt 4000 Punkten. Oder war es schon hier der Boden und wir werden prächtige, sich gut entwickelnde Jahresendrallye sehen. Vor allem bei amerikanischen Titeln, denn wie vorher gesagt, Thema Inflation, Thema Makrodaten hat USA besser im Griff wie der Rest der Welt. Plus die Berichtssaison, viele amerikanische Unternehmen liefern ab, sehen gut aus und damit natürlich auch bestimmte amerikanische Aktien. Auf eine Sache möchte ich aber noch hinaus. Wir sind im sogenannten Pre-Election-Jahr, das heißt ein Jahr vor den US-Wahlen und wenn man es so mag, es gibt Saisonalität in der Saisonalität und in Pre-Election-Jahren wurde häufig der Boden einer schwachen Aktienmarktphase bereits Ende August ausgebildet, ehe diese im September schon wieder etwas anstiegen. Wird es dieses Mal auch so sein? Das ist die große Frage. Was denkt ihr? Kommt hier noch ein Washout? Wird hier nochmal der Anstieg weggebügelt und im September verkauft? Oder bleibt es bei der milden Korrektur von 6% und wir sehen demnächst weiter anziehende Kurse? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, da bin ich auf eure Meinung wirklich sehr gespannt. In jedem Fall unterstreicht diese Grafik als Ergänzung zum vorhergesagten einmal mehr, dass man sich niemals nur auf einen Fakt oder einen Indikator oder ähnliches verlassen sollte, sondern vielmehr die richtige Interpretation zahlreicher Faktoren und Daten heranziehen sollte. Saisonalität und Volatilität sind natürlich nicht die einzigen Faktoren. Dennoch muss man sie ganz klar auf dem Schirm haben. Kommen wir nun zu der nächsten Asset-Klasse. Was machen eigentlich die Edelmetalle in dieser Jahreszeit? Gold zeigt historisch betrachtet oft eine Stärke im Herbst, sprich genau entgegengesetzte Richtung zu den Aktienmärkten. Erhöhte Nachfrage vor wichtigen Feierlichkeiten oder einer Verlagerung zu sicheren Anlagen stützen saisonal den Goldpreis. Diesem folgen oft dann natürlich auch andere Edelmetallpreise. Es ist überaus wichtige Erkenntnis, diese umgekehrten Tendenzen auf dem Schirm zu haben, um eigenes Portfolio eventuell entsprechend umzuschichten bzw. saisonal richtig auszurichten Selbstverständlich und wie vorher bereits erwähnt, ist die Saisonalität nicht das einzige Kriterium und kann von gewohnten Mustern abweichen, doch Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt aber noch eine weitere Sache, die Edelmetallpreise allen voran Gold und Silber zusätzlich stützen könnte und zwar womöglich fallende Rendite der Anleihen. US-Staatsanleihe ist eine Anlageform und konkurriert selbstverständlich mit anderen Alternativen wie Edelmetalle oder eben Aktien und Wertpapiere steigen die Renditen der US-Anleihen. So denkt der Markt über die Möglichkeit des Investments in die Anleihen nach und bei vermeintlich sicheren 4, 5 oder gar mehr Prozent wird sich der eine oder andere auch dafür entscheiden. An dieser Stelle sind wir aber am spannenden Punkt angekommen. Angesichts der Tatsachen, dass die Inflation sich abkühlt, das Ende der Zinserhöhungen in absehbarer Zeit denkbar ist und die Wirtschaft, vor allem in den USA, trotzdem stark bleibt, könnten die zuletzt gut gelaufenen Renditen der Anleihen doch gutes Stück zurückkommen. Vielleicht auch in Kombination mit etwas fallender Dollarstärke. Das wären definitiv gute Vorboten für Gold- und Edelmetallkurse. Es gibt zumindest genügend Meinungen geschätzter und akzeptierter Fachleute oder Investoren, die sich in diese Richtung äußern. Das Bild sagt mehr als tausend Worte, kommen wir deswegen zum technischen Chartbild vom Gold und mögen Gold und andere Edelmetalle volatil sein. Übergeordnet sieht es doch gut aus, darum auch hier Vogelsperspektive ergreifen und das große Bild betrachten, um scharfes Auge für das Wesentliche und Wichtige zu haben. Darum sehen wir einmal mehr Big Picture und Wochenkerzenformat an. Wir haben hier aufsteigende Tendenzen, ganz klar. Alles, was sich über der wichtigen 200-Wochen-Linie hier in blau eingezeichnet befindet, ist sowieso positiv zu betrachten. Positiv ist ebenfalls das mehrmalige Anlaufen des Allzeithochs anzusehen. Hier einmal im Jahr 2020, das zweite Mal im Frühling 2022 und ein weiteres Mal sogar leicht darüber ausgebrochen im Mai dieses Jahres. Alles Kurse bei ca. 2070 US-Dollar je Unze und je häufiger man jetzt diese Decke auf dem Kursstand anläuft, desto weicher wird diese Decke sozusagen geklopft und sodann irgendwann das Überwinden des alten Allzeithochs definitiv unumgänglich ist. Vor allem, wenn wir bedenken, dass seit dem außerordentlichen Tief im Herbst letzten Jahres weiterhin übergeordneter Aufwärtstrend besteht. Das heißt, strategische Zukäufe, vor allem vielleicht physischer Art für langfristig orientierte Anleger, machten hier an diesem Kurslevel bei ca. 1880 US-Dollar Sinn, hier an dieser Stelle zu sehen. Denn Gold und Edelmetalle sind clevere und strategisch wichtige Beimischungen für jedes Portfolio. Was ist jetzt zu erwarten? Gold sollte natürlich am besten den Aufwärtstrend beibehalten und kurzfristig absteigende Tendenz durchbrechen. Das ist diese Linie in Orange. Hier lässt der Goldpreis die Kurse von ca. 1930 bis 1950 US-Dollar überzeugend hinter sich. So steht das Anlaufen von 1980 und später glatt 2000 US-Dollar Marke auf dem Plan. Und richtig bullisch wird es natürlich, wenn wir den Deckel hier bei 2070 US-Dollar wegreißen können. Vielleicht auch traumhafterweise auf Monatsschlussbasis. Vermutlich nur Frage der Zeit. Denn darüber hinaus öffnen sich neue Allzeithochmöglichkeiten mit Projektionen bis sogar ca. 2500 US-Dollar und langfristig sogar noch mehr. Sollte aber der Goldpreis hier darunter einbrechen, so dann muss man beobachten, wie weit das Edelmetall fällt. Doch derartiges Abtauchen unter 1880 US-Dollar könnte dann irgendwann mal am Ende sich als sehr gute Nachkaufmöglichkeit erweisen, falls es überhaupt dazu kommt. Gefällt euch ein derartiges Format wie heute als Asset-übergreifende Vorbereitung für den neuen Monat? Sollten wir in Zukunft monatlichen Vorausblick einführen? Sofern gewünscht, lasst es mich gerne wissen, schreibt es in die Kommentare und lasst auf jeden Fall euer Abo hier, damit ihr in Zukunft wirklich nichts mehr verpasst. Vollständigkeit halber hier noch der kleine Bruder vom Gold, nämlich Silber. Darauf habe ich bereits vor einiger Zeit hingewiesen in einigen anderen Videos. Strategisch, fundamental könnte Silber preislich gegenüber dem Gold sowieso einiges an Aufholpotenzial haben und das übergeordnete große Bild sieht bis dahin ebenfalls gut und konstruktiv aus. Eine ewig lange mehrjährige Bullenflagge hier, die im Frühling dieses Jahres nach oben aufgelöst wurde. Gutes bullisches Zeichen, auch der Aufwärtstrend seit August, September 2022 hält an und wurde genau ein Jahr später fast punktgenau wieder angelaufen. Das sind hier gute Zukaufmöglichkeiten. Kunden, die bei uns physische Edelmetalle besitzen, wurden auf diese Nachkaufschanzen hingewiesen. Und solange man im intakten Aufwärtstrend sich befindet, sieht es charttechnisch gut aus und der Silberpreis könnte im weiteren Verlauf 26,20, dann 27 US-Dollar glatt und später auch Richtung 30 US-Dollar anlaufen. Parallelen zum Goldpreis schafft es der Goldpreis 2000 70 US-Dollar als Allzeithoch, als Decke aufzuschlagen und wegzureißen. Und so dann dürfte auch Silberpreis im eigenen Chartbild vermutlich ebenfalls die Decke von 30 US-Dollar nachhaltig aus dem Weg räumen. Und was machen Immobilienverkäufe saisonal im Herbst? Der Immobilienmarkt hängt natürlich von vielen Faktoren ab, hierzulande nicht zuletzt von stark angestiegenen Zinsen. Darüber sprechen wir noch gleich, doch saisonal ist Frühling, Sommer und aufgrund wetterbedingter Verschiebungen auch der warme Herbst oft sehr gute Zeit für den Immobilienverkauf. Viele nehmen sich eine Auszeit im Sommer, machen Urlaub und kommen dann gut gelaunt und erholt wieder zurück. Von den psychologischen und saisonalen Gesichtspunkten her ist daher solch ein Immobilienverkauf im Herbst definitiv nicht verkehrt. Darüber hinaus haben Käufer oft das Interesse, noch vor Weihnachtszeit und vor dem Jahreswechsel, vielleicht auch aus steuerlichen Gründen, einen entsprechenden Immobiliendeal einzutüten. Bei Bedarf für fachkundige Beratung und Hilfestellung rund um Thema Immobilien nutzen Sie gerne die Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Manch eine könnte aufgrund der aktuellen Zinsen sich vor Immobilien scheuen. Ob dieses Verhalten berechtigt ist, wollen wir uns kurz ansehen. Werfen wir unseren Blick auf weitere Statistografik und die Entwicklung des Leitzinsens der Europäischen Zentralbank. Dieser liegt aktuell bei 4,25% und spiegelt das allgemeine Zinsniveau im Euroraum wider, welches sich auf die Entwicklung der Bauzinsen hierzulande ebenfalls auswirkt. Die Bauzinsen selbst bewegen sich aber oft früher, bevor die ZB den Leitzins verändert. Selbst auf dem Zinsmarkt versucht man eben die Zukunft vorherzusagen und diese zu handeln. Die derzeitigen Bauzinsen liegen je nach Objektart, Eigenkapitalquote, Kundenbonität, Laufzeit der Zinsbindung und einigen weiteren Faktoren zwischen ca. 3,7 bis 5%. Wie die folgende Statistografik zeigt, sind wir damit aber immer noch etwas unter dem Niveau der Spitzenwerte aus dem Jahr 2011. Und vielleicht kann sich manch einer erinnern, auch damals, also 2011, selbst bei höheren Zinsen wurden Immobiliengeschäfte getätigt. Vor einem Crash oder Blase im Immobiliensektor kann daher trotz jüngst rückläufiger Geschäftszahlen noch nicht die Rede sein. Vielmehr gab es eine gesunde Korrektur bzw. Stagnation auf hohem Niveau. Doch was vorher so stark über Jahre hinweg dynamisch gestiegen ist, kann auch kurzzeitig um ein paar Prozentpunkte korrigieren, ohne dass es gleich dramatisch ist. Doch gewohnt wird schließlich immer und so gibt es tatsächlich erste Anzeichen einer Erholung. Der Preisverfall flacht ab bzw. je nach Lage und Objektart wird teilweise komplett gestoppt. Zinsen scheinen ebenfalls auf einem gewissen Niveau auf kurz oder lang um die 4% zu verharren. Und so gewöhnt man sich Stück für Stück an die neue Realität und kommt damit zunehmend klar. Das dürfte Immobilienbesitzer und Besitzer bestimmter Immobilienaktien vermutlich demnächst wieder erfreuen. In jedem Fall für all diejenigen, die ihre Objekte verkaufen wollen, sind es gute Nachrichten. Denn schließlich bietet derzeitiges Marktumfeld nach den letzten schwierigen Monaten vernünftige Grundlage. Erst recht in Kombination mit positiver Saisonalität für Verkäufe. Vorausgesetzt man kennt sich natürlich gut genug mit Finanzierung, Verkaufspsychologie und Immobilienthematik aus, um so möglichst guten Verkaufspreis zu erzielen. Denn schließlich muss man all diese Bereiche am besten gleichzeitig und unter Berücksichtigung derzeitiger Herausforderungen möglichst optimal abdecken. Das sind die marktübergreifenden Informationen, Berücksichtigung der Saisonalität und natürlich Stand der Dinge für den Herbstbeginn und speziell für den Monat September. Vergesst nicht eure Likes, eure Kommentare und natürlich euer Abo hier zu lassen. Ich danke Ihnen in jedem Fall herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und sage bis demnächst, euer Johannes Berling. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.